Die Karte ist in der Nähe von der Karte. Oh, super! Da kannst du auch noch fahren! Kommen wir mit den Enten schwimmen! Wie sehen Sie die Kommigen? Und das ist so schlecht! Woh! 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 So, ich geh mit dem Räucherwälder, ich bin da. Vielen Dank. Das war's. Es ist schon wieder rot. Du warst aber okay. Ach gut. Hier gibt es die Straße. Ich habe nur ein Weilemesser. Wollt ihr endlich in eurem Riddungsboot, ihr Landraten? Na, dann könnt ihr ja losgehen. Am besten fahrt ihr immer der Nase nach. Und wenn das Riff kommt, dann... Dann... Ja, dann fragt ihr noch mal. ...und hoffe ich, dass ich dir nicht erzähle, du gelbfälliger Lager. Also, das war so. Wir waren damals gerade zur Insel der Teebeutelbäume. Die Eingebogenen dort sind sehr freundlich, dauernd sauer. Tee morgens mit einem Abend. War aber auf die Dauer doch etwas langweilig. Also kam ich auf die Idee, mit Hein ein bisschen Teebeutel zu werfen zu üben. Und das geht so. Einer macht das. Hier und der anderen wird. Naja, ich will es ja tun. Ich habe Heinze nicht oft getroffen. Und irgendwann wurde er unheimlich sauer, Klaute unser Essensbuch und haute einfach an. Ich feiere nichts weiter. Diese hat da auch so auf jeden Fall ein? Ja, ich habe China... Für mich. Ich habe mir ideas wie gesagt... Oh, ohnehin. Isto nicht ganz einfach! Ohiesz... Nicht rennen! Ihr habt gerade Pipi gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Hallo, Gabriel! Da raus, oder? Ja, das drehen wir mit raus. Dann kommen wir da hin. Dann kommen wir da hin. Wenn man da jetzt so drin rumbringt... Ja, das kann ich nicht! Das ist ein Mann! Das ist so gut! Wir gehen jetzt rein. Ja, wir werden auf den Weg. Jetzt kann doch zwei! Wau! Wuuu! Wuuu! Waaaah, Waaaah! Wuuu! Waaaah! 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 Zwei Gyry-Tost! Und kein Strudel! Gyry-Tost! Geritos! Willkommen bei YouTube! Na, Glückwunsch! Na, YouTube! Konnisch auch die dritte Blutzen! Ja! Der König von der Klappe! Hallo! Blut! Blut!